Ja, einen schönen, guten Morgen, herzlich willkommen in der Vorlesung Kolonial Linguistik. Heute aus, leider aus einem digitalen Setting, weil ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin und wir den Input so realisieren wie in den letzten drei Semestern. Ich hoffe, dass das für Sie in Ordnung ist. Vielleicht ganz kurz für die Studierenden, die jetzt gerade live den Stream mitverfolgen. Posten Sie mir doch bitte Ihre Fragen, die Sie haben, in die Matrix. Ich versuche parallel darauf zu antworten und wir treffen uns wie immer nach dem Input in der Zoom-Konferenz nach einer kurzen Pause und können es dann noch über das Gehörte, Gelesene, Gesagte genauer austauschen. Heute haben wir tatsächlich ein echtes Schwergewicht vor uns, nämlich die Annäherung an das, was Foucault in seinen Vorlesungen über den Diskurs entwickelt hat. Und zwar schon mit einem Blick auch auf die nächste Vorlesung, nämlich, Klammer auf, die kritische Klammer zu Diskursanalyse. Denn, das hatte ich in der Einführung schon kurz erwähnt, dass die germanistische Diskurslinguistik sich im Wesentlichen als eine deskriptive Disziplin begreift, die politische Positionierungen eher vermeidet. Und die kritische Diskursanalyse hingegen setzt die politische Positionierung auch der AkteurInnen, die sich diskurslinguistisch betätigen, nicht absolut, aber dennoch als ganz zentral für die Auseinandersetzung mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und darauf, das werden Sie sehen, wird es heute ein wenig hinauslaufen. Wenn wir über den Komplex sprechen, dann sind wir an einem Feld, das ich genannt habe, Sprache und Macht, Überwachen und Strafen. Und in diesem Segment werden wir uns heute bewegen mit nicht ganz einfachen und nicht ganz trivialen Konzepten. Also mit dem der Macht und Machtausübung, Machtdurchsetzung und mit einem System von Überwachen und Strafen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Input heute so lange ziehe, dass ich das Ganze heute in der Vorlesung selbst präsentiere. Da hilft mir wahrscheinlich dann eher doch ein Blick auf die Uhr, denn das Thema ist sehr umfassend. Und es kann durchaus sein, dass ich die einzelnen Teile dieses Blogs dann in die nächste Sitzung ziehe. Das ist aber nicht dramatisch, weil man das Ganze auf der Basis von Texten, mit denen ich das Ganze hier entwickeln will, natürlich dann auch in der Analyse in der nächsten Sitzung fortsetzen kann. Da ich nicht davon ausgehen kann und ich weiß, inwieweit Sie durch Foucault geprägt sind bereits in Ihrem Studium, hier vielleicht ein zentraler Auszug aus die Ordnung der Dinge, die im Wesentlichen auf das Programm von Foucault hinlaufen. In der theoretischen Fundierung, nämlich, dass die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihrer Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie, ihre Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun hat und mit denen er sich wiederfinden wird. Das war bisher schon häufiger Thema in der Vorlesung, nämlich, dass wir alle, die Sie die Vorlesung besuchen, und mich, der die Vorlesung anbieten darf in einem Teil der Welt leben, in einer Kultur leben, die von bestimmten Prämissen ausgeht. Wir hatten uns beim letzten Mal mit der Frage, warum Europa auseinandergesetzt und dem europäischen Sendungsbewusstsein und auch der Idee, andere Territorien profitorientiert auszubeuten, die für uns ganz selbstverständlich sind. Und jedes Mal, wenn Sie im Deutschlandfunk die Wirtschaftsnachrichten hören, in denen es darum geht, ob die Wirtschaft wachse oder eben nicht, fühlen Sie sich bitte daran erinnert, dass es eine Situation, in der Sie ganz selbstverständlich aufwachsen, weil Sie in eine solche Kultur hineingeboren sind. Und die prägen alle Ihre Praxen, die Foucault hier einmal benennt. Natürlich nicht in extenso, aber so, dass man schon einen Eindruck davon gewinnt, worum wir uns eigentlich und womit wir uns beschäftigen müssen, wenn wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen. Das Ganze läuft, wie man im Untertitel sieht, einer Archäologie der Humanwissenschaften, auf seiner Archäologie des Wissens hinaus, dass man auf der Basis der Beschreibung dieser Praktiken und Techniken natürlich sehr klar und sehr schnell erklären kann, wie eine bestimmte Kultur sich zu bestimmten Fragen des Lebens verhält und wie ihre Sozialität gebaut ist. Und damit werden wir uns in der Vorlesung mal beschäftigen müssen, denn genau das betrifft es ja. Wenn man also so will, dann zielen die Beschreibungen im Foucault auf die Beschreibung von kulturellen Praxen, die von den Individuen, den Subjekten abgehoben sind, weil sie sich intersubjektiv beobachten und abstrahieren lassen. Und diese nimmt er in der Archäologie des Wissens in den Blick und beschreibt auf dieser Basis Diskurse. Das wäre der dritte Anstrich. Wenn wir als Linguistinnen, als Sprachwissenschaftlerinnen, unser primärer Zugang zur Beschreibung von sozialen Zusammenhängen sind Texte oder Entäußerungen, auch wenn sich das ein wenig ändert, das werden wir jetzt in der Vorlesung auch sehen, und man sich die Frage stellt, wie konzeptualisieren wir Wirklichkeit in der Art und Weise, wie wir über sie sprechen. Also das heißt, wie konstruieren wir Welt durch Sprache. Denn die sprachlichen Artefakte lassen sich durch uns beobachten und aus diesen sind Rückschlüsse darauf möglich, wie wir miteinander umgehen und wie wir vor allen Dingen Beziehungen zur Welt herstellen. Aus dieser Vernetzung von Aussagezusammenhängen entwickelt Foucault den Diskursbegriff. Er ist, und jetzt ein Zitat aus der Archäologie des Wissens, eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem angehören. Man könnte jetzt zunächst erstmal sagen, bevor wir weiter ins Detail gehen, die sich mit dem Thema Kolonialismus auseinandersetzen. Also die zu diesem Formationssystem gehören. Und wenn Sie sich an Mitterauer noch einmal zurückerinnern, geht es hier, wenn man das Ganze eine Stufe höher hängt, um den sogenannten europäischen Expansionismus. Und in diesem Formationssystem würden wir uns hier bewegen, wenn wir bestimmte kulturelle Praxen beschreiben, die genau diesem Formationssystem zuzuordnen sind. Sein eigentlicher Fokus liegt auf zwei Dingen. Nämlich zum einen zu beschreiben, warum es eine sehr, sehr lange Tradition gibt eben solcher kulturellen Praxen, vor deren langen Traditionen, also der sogenannten langen Reihe, also der L'enduré, der Serie, warum es vor dieser Serie der langen Reihe bestimmte Brüche und Diskontinuitäten gibt, die dann mit diesen Traditionen brechen. Eine Diskontinuität in unserem Formationssystem für diese Vorlesung, wenn man so will, ist der sogenannte Abolitionismus, also das heißt die Befreiung von der Sklaverei, die von Jamaika ihren Ursprung nimmt. Und was schlussendlich die Frage von Foucault dahinter ist, wer treibt solche Entwicklungen an? Das heißt, wer hat die Macht und das Wissen dazu, um den Diskurs zu steuern und zu kontrollieren? Das heißt, wer spricht über welche Dinge, zu welcher Zeit, in welcher Art, um bestimmte Änderungen in Gesellschaften so anzuschieben, dass sie zu Diskontinuitäten führen und eben nicht nur zur Tradierung langer Reihen. Also das heißt, die verteidigt werden von der Gegenseite. Also das heißt, wo die Macht versucht, diese Traditionslinien zu erhalten. Und wer kontrolliert? Und die Frage treibt Foucault in allen seinen Arbeiten an, wer kontrolliert und organisiert den übengezügelten Diskurs? Also wer darf sprechen und wer nicht? Und wenn ja, auf welche Weise? Das ist die zentrale Frage. Wer spricht? Jetzt sehen wir, das hatte ich ganz am Anfang in der Einführung unserer Vorlesung schon gesagt, ich bin ein Europäer, erkennbar. Und in den kulturellen Praxen, in denen ich mich wiedergefunden habe, war es mir möglich, ein Studium zu absolvieren, eine Promotion abzufassen, mich schlussendlich mit glücklichen Umständen zu habilitieren und jetzt eine Professur inne zu haben. Und ich spreche aber über einen Teil der Welt, der eben nicht europäisch ist, sondern von EuropäerInnen in europäischer Expansivität über Jahrhunderte ausgebeutet worden ist. Das heißt, ich maße mir im Moment gerade an, darüber zu reflektieren. Schon an diesem Punkt beginnt die Frage, wer kontrolliert den ungezügelten Diskurs? Und das muss man sich, glaube ich, immer klar machen, wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Also das heißt, wenn man über Diskriminierung spricht, über Minoritäten spricht, wenn man über Rassismus spricht und eben auch über Kolonisierung. Ob das rechtens sei, dass ich mir dieses anmaße im Moment, das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Ich möchte es zunächst erstmal nur beschreiben und feststellen, dass dem so ist. Aber wenn wir über die Frage sprechen, wer spricht, dann reden wir über etwas, das uns zu dem Thema der Macht führt. Und das hatte ich in der Vorlesung auch an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, dass es sich dabei um ein Ensemble von Handlungen handelt, die sich auf mögliches Handeln richten und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten verhandelnder Subjekte. und ich lebe in einer Kultur, die es mir ermöglicht, in einer bestimmten Situation über bestimmte Themen zu sprechen. Klammer auf, im Übrigen, weil das in den letzten Monaten immer heiß diskutiert wurde, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass alle dem zuhören müssen, was ich sage, sondern dass ich meine Meinung frei äußern darf, ohne Konsequenzen erwarten muss. Die Interpretation, die wir in den letzten Wochen und Monaten geführt haben, nämlich, dass jeder einem noch zuhören muss zusätzlich, ist damit nicht gemeint. Dazu ist niemand verpflichtet. Zentral aber ist, dass wir in diesem Handlungsfeld von Macht uns hier bewegen, wenn wir über Kolonialismus und Expansionismus sprechen. Und das Ganze würde ich jetzt für Sie gerne weiterentwickeln, weil es eines der zentralen Elemente in den Foucault'schen Auffassungen zur Diskurslingüistik ist. Wichtig ist, und auf Busse werden wir in der nächsten Woche sowieso zu sprechen kommen, dass er darauf hinweist, dass es im Foucault'schen Kontext darum geht, die Kategorie Macht grundsätzlich als eine analytische aufzufassen, also grundsätzlich als prinzipiell deskriptiv und nicht als ideologisch wertend. Also es wird ein Mechanismus beschrieben, in dem der eine dem anderen das Handeln möglich macht oder eben nicht. Foucault braucht dieses Konzept analytisch dafür, dass er bestimmte Machtmechanismen beschreibt, um hierarchische Verhältnisse zwischen Menschen deutlich sichtbar zu machen. Und er unterscheidet zwischen einer sogenannten Souveränitätsmacht und einer Disziplinarmacht. Disziplinarmächte sind zum Beispiel Eltern oder hier, wie Sie sehen, eine, da muss ich ein bisschen rübergehen für das Video, die Präsentation ist aber sowieso verlinkt in der Beschreibung zum Video. Aus dem Strubelpeter, nämlich der Daumenlutscher, dem die Daumen abgeschnitten werden, also das ist keine öffentliche Sanktion, sondern das ist eine Erziehungsmaßnahme in einem doch recht blutigen Kinderbuch. Und die Souveränitätsmacht ist das, was sie üblicherweise mit der Exekutive zum Beispiel in unserer Republik verbinden, nämlich die bestimmte Gesetze durchsetzt auf der Straße zum Beispiel. Und damit werden Machtbeziehungen sichtbar und Menschen werden gelenkt, kontrolliert. Und diese Machtverhältnisse, die sich da ausdrücken und die sich Ausdruck verschaffen, definieren spezifische Freiheitsgrade, die für den einen und die andere mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt sein können. Und wenn sie Widerstand leisten wollen oder Widerstand setzt dort ein, wo es ein Wissen gibt über diese Machtverhältnisse und ein Bewusstsein und den Willen, diese Machtverhältnisse aufzudecken. Mit anderen Worten, und das lässt sich hier ganz gut an Foucault illustrieren, Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Also schlussendlich geht es um die Wissensbestände einer gemeinsamen Kultur und einer Gesellschaft. Der nächste Begriff, der für uns relevant werden wird, ist der des sogenannten Dispositivs. Dispositive sind heterogener Ensemble, die Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Leersätze, kurzgesagtes, ebenso wohl wie ungesagtes, umfassen. Wenn Sie sich die letzten zwei Vorlesungen noch einmal vergegenwärtigen, waren wir sehr oft bei dem Thema der Plantage, also das heißt der Frage, was da eigentlich konkret passiert und Sie sehen es auch in der zentralen Abbildung zu dieser Vorlesung, das ist ein Ensemble, das eben nicht nur Aussagen über zum Beispiel die Ausbeutung anderer Menschen, die man zu Nichtmenschen deklariert, ermöglicht, sondern man baut Zäune, man verhindert Fluchtmöglichkeiten und schafft Bedingungen, die diese Strukturen aufrechterhalten. Wenn man sich jetzt überlegt, an welchen Gegenständen man das besonders gut beschreiben könnte in unseren Kontexten, dann ist es etwas, das man in der Politolinguistik sucht und interessanterweise hier von Werner Holli von 2017, Sprachhandlung und Sprachmuster, im Handbuch Spracher in Politik und Gesellschaft, dann wird Macht hier noch anders und noch weiter gefasst, nämlich als ein Medium, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, um das gerungen wird. Das heißt, es geht hier im Wesentlichen darum, nicht nur hierarchische Machtverhältnisse anzuzeigen, sondern auch darum, dass man, wenn man einen Teil an der Macht hat, im Besitz eines symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums ist, um das es sich zu bringen lohnt. Das verdeutliche ich ganz gern an einer zentralen Szene aus Game of Thrones in der Staffel 2, Episode 1, The North Remains, in der es darum ging, dass eine Beraterfigur, nämlich Kleinfinger hier links, einer mal mehr, mal weniger als rechtmäßig kategorisierten Königin Cersei von Lannister, einen Vortrag darüber hält, dass Wissen Macht sei. Und für dieses Postulat von Foucault gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen der Auseinandersetzungen, also Bordieu redet zum Beispiel vom symbolischen Kapital, von Repräsentationsbeziehungen zwischen, da ist ein Tippfehler drin, Beziehungen zwischen diskursiven Eliten, Schwab-Trab, von Trägerinnen und Vertreterinnen bestimmten Wissens, die in bestimmten Domänen dann dadurch eine mächtige Position erreichen, Sigurd Wichter, dann haben wir die Diskurshoheit als Ergebnis kommunikativer Zuschreibung bei Plomart und schlussendlich zeigt ihm aber in dieser Szene Cersei Lannister, dass Macht Macht ist. Und damit haben wir wieder dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium, das nicht nur auf das Wissen abzielt, sondern eben den Dispositivbegriff Foucault in den Mittelpunkt rückt, denn nicht nur Wissen sichert eine mächtige Position, sondern alle Elemente, die architektonisch, institutionell, rituell und andere Praxen umfassen, sichert Macht. und das beschreibt Holly in einem weiteren Schritt, wenn wir auf das Thema der Politik gehen, schlussendlich entscheiden diese Dispositiv, also sagen wir mal, das Beherrschen der Klaviatur des Dispositivs entscheidet darüber, ob jemand zum Träger oder zur Trägerin kollektiv bindende Entscheidungen wird. Es geht nicht zentral um das Wissen, also nicht Wissen ist Macht, sondern es geht darum, das Dispositiv der Macht so zu beherrschen, dass man zum Träger kollektiv bindender Entscheidungen wird und sich entsprechend, und das ist im Nachsatz wichtig, kommunikativ zu positionieren. Das ist diese Spannweite zwischen den unterschiedlichen Auffassungen von dem, was Macht sei, die aber nicht so weit auseinanderreichen und vor allen Dingen entpersonalisiert sein können. Das würde ich in einem weiteren Schritt noch entwickeln, nämlich, dass nicht nur Einzelpersonen mächtig sein können, sondern dass durchaus auch Institutionen als Akteure aufzufassen sind. Bitte erschrecken Sie jetzt nicht, das ist eine typische Definition von Dietrich Busse. Dietrich Busse macht das immer versucht, jeden Aspekt einer denkbaren Bestimmung mitzufassen. Hat sehr lange in der Semantik gearbeitet, das rührt so ein bisschen daher. Nichtsdestotrotz ist diese Bestimmung natürlich auf dem Punkt und sehr präzise. Es geht aber um, wenn wir über Institutionen sprechen, und er schließt auch hier an Dürkheim an, immer um Formen des sozialen Verhaltens. Das heißt, wenn unser Verhalten soziales sei, dann ist es durch Institutionalität abgesichert. Und das Ganze geht natürlich nicht nur bis zu den Institutionen der Exekutive, die meistens noch Häuser haben, sondern hier sind zum Beispiel auch Mutter-Kind- Beziehungen, die Ehe und so weiter mit als institutionelle Konzepte gedacht, die im Wesentlichen stabilisierte soziale Praxen darstellen, um noch einmal an Foucault zurückzuschließen, nämlich das, was sich lange und stabil etabliert und bleibt. Das Ganze läuft so ein bisschen, Sie werden das erwartet haben, auf einen Zusammenhang hin, den wir uns heute ebenfalls anschauen wollen, nämlich das sogenannte Überwachen und Strafen. Dem Überwachen und Strafen setzt Foucault oder diesem Konzept, das ihn antreibt, setzt er ein Denkmal in dem gleichnamigen Buch von 2008, in dem er die Geburt, in dem er die Geburt des Gefängnisses beschreibt. Also wir haben hier gleichermaßen eine Institution, die als Akteur das Handeln anderer einschränkt, Freiheitsrahmen definiert, Freiheitsmöglichkeiten definiert und eben mehr als Sprache ist und mehr als Wissen ist, nämlich ein Dispositiv der Macht, das sich in einer architekturalen Verfestigung zeigt und hier besonders eindrucksvoll und grausig das Presidio Modelo auf der Isla de la Juventud in Kuba, also das heißt einem Punkt, an dem man mit minimalem Aufwand, nämlich in dem Wachtturm in der Mitte ein Maximum an Individuen überwachen kann und deren Freiheit man eingrenzt. Das Ganze geht unmittelbar auch in historische Richtung weiter, indem man mit Spreen 2010 den Anschluss an Foucault die Plantage als ein Menschen Führungsregime bezeichnen könnte und Menschen Führungsregime lassen sich nicht nur auf Plantagen beobachten, sondern die Verlängerung dazu finden Sie dann zum Beispiel in den Konzentrationslager der Nationalsozialisten und in anderen Kontexten, also Arbeitslagern in Diktaturen jedweder Art müssen wir gar nicht oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Sie Jan Böhmermanns Reportage über Moria gerade gesehen haben. Es ist durchaus zu überlegen, ob man auch den aktuellen Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen in sogenannten Auffanglagern in einer ähnlichen Art und Weise beschreibt, wenn man sieht, was in einzelnen Flüchtlingslagern tatsächlich vor Ort konkret passiert, also als finsterstes Beispiel Seymoria genannt und dass wir uns schlussendlich als Menschen dem Menschen wie man daran sieht immer als Wolf verhalten und europäische Kultur eigentlich sich auf die Fahne geschrieben hat, dass das nicht mehr in unserem Kulturkreis passieren sollte, also dass wir immer Menschen als Menschen behandeln, man mag daran manchmal seine Zweifel haben, aber jedenfalls führt der Weg im Überwachen und Strafen direkt auf die Plantage als Menschen Führungsregime in unserem Kontext des Kolonialismus. Das nächste, was in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt, ist, dass man auch das Konzept von Rasse als ein Dispositiv der Macht auffassen kann, nämlich dann, wenn es darum geht, Menschen systematisch einer bestimmten Gruppierung zuzuweisen und diese dann als eine andere Rasse zu markieren. Ganz grundsätzlich sei gesagt, dass es exakt eine menschliche Rasse gibt und nicht verschiedene. Wenn sie also in einen Kontext kommen, in dem über andere menschliche Rassen gesprochen wird, sind sie in rassistischen Kontexten und es handelt sich dabei um klar rassistisch markierte kommunikative Positionierungen, die auch als solche zu entlarven und zu benennen sind. Also es gibt nur eine Rasse des Menschen, wenn man überhaupt den Begriff verwenden will. Ganz unabhängig davon ist es immer so, dass wenn man in einen Kontext kommt, in dem Menschen dem zugeordnet werden, man sich schon sehr nah an dem bewegt, was koloniale, postkoloniale und neokoloniale Praxen angeht. Blicken wir aber, bevor wir jetzt das Ganze nicht terminologisch abgesichert mit einer relativ umgangssprachigen Auffassung von Rassismus hier stehen lassen, einmal exemplarisch auf die soziologische Rassismus Forschung, wenn wir in dem Kontext uns bewegen, immer im Hintergrund bitte das Dispositiv der Macht nach Foucault mitdenken. Bei Frederiksen 2.11 heißt es, wollten wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, dass Rassismus vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf Grundlage von Differenzen, die sie für erblich oder unabänderlich hält, eine andere Gruppe beherrscht, ausschließt oder zu eliminieren sucht. wenn sie noch einmal die Begriffsbestimmungen zum Kolonialismus sich vergegenwärtigen, dann sehen sie, dass viele dieser Elemente hier schon sehr nah und sehr ähnlich dem klingen, was wir unter Kolonialismus aufgefasst haben. Es geht um historische, ethnische Gruppen, es geht um Differenzen, es geht um Beherrschen und es geht um die schlussendlich das Ausbeuten und das Eliminieren. Es gibt einen zentralen Unterschied, der ganz massiv ist und der diese beiden Konzepte voneinander unterscheidet, nämlich das ist die Unabänderlichkeit. Rassismus greift erst als Konzept, wenn sie diese Gruppe, die sie beherrschen, unabänderlich in diesem Status halten. Zum Zweiten zählt, dass nicht nur die Ethnie, also irgendwie die Zuordnung zu einem historisch-kulturell einzigartigen Kollektiv da eine zentrale Rolle spielen kann, sondern dass, so Frederik zum Wader, Kultur in einem ebensoichen Maße verdinglicht und essentialisiert werden kann, dass sie zum funktionalen Äquivalent des Rassenbegriffs wird. Sie erinnern sich vielleicht an die Debatten, die ich jetzt hier nicht noch einmal aufreise, die sich in den späten 2000ern mit dem Höhepunkt auf der Flüchtlings des Zugangs von Flüchtlingen nach Europa 2015 gesteigert hat, nämlich ob der Islam zu Europa gehöre oder nicht. Ich zeige Ihnen jetzt auch nicht die einzelnen Statements bundesdeutscher Politikerin dazu und ich bin weit davon entfernt denjenigen Politikerinnen demokratischer Parteien hier unterstellen zu wollen, dass sie Kulturen im eben solchen Maße verdinglichen, dass sie zum Rassismus äquivalent werden, aber es gibt eben auch nicht demokratische Gruppierungen, die genau das tun. Also hier sind vor allem die Identitären der dritte Weg und wie der ganze neue rechte Rand heißen mag, zuzuordnen. Und nicht nur die, sondern wir finden diese Debatten immer wieder in der Diskussion über Israel und über die Zwei-Staaten-Lösung, die Auseinandersetzung mit den Palästinanzern und so weiter und so fort. Das heißt, das, was in bestimmten Kreisen mal als Antisemitismus bezeichnet wird und mal wiederum nicht, hat nicht nur seinen Grund in der bestimmten ethnischen Gruppe, sondern auch in der Ablehnung und in der Essenzialisierung spezifischer Kulturen. Wichtig ist, dass der Rassismusbegriff im angloamerikanischen Raum, die Rassismusforschung ist sehr stark durch den angloamerikanischen Raum geprägt, etwas anders gelagert ist als im deutschsprachigen Raum, weil es die Differenzierung zwischen Diskriminierung und Rassismus im angloamerikanischen Raum nicht so gibt, wie es sie im deutschen Sprachraum gibt. Dort wird prinzipiell sehr viel schneller von Rassismus gesprochen als in unserem Kulturkreis, also in unserem Sprachkulturkreis. Wichtig scheinen mir aber die Unterscheidungen, ich will jetzt hier gar nicht auf alles eingehen, das sollen nur Stichpunkte sein, die Sie bitte selbst gerne arbeiten können, zwischen Herrschafts- und Vernichtungsrassismus. Herrschaftsrassismus bezieht sich auf das Zitat bei Fredrickson oben, wo es um die Beherrschung einer Gruppe geht und der Vernichtungsrassismus, wo es um die Ausrottung geht. Auch hier gibt es einige historische Beispiele, die wir uns in der Vorlesung genauer anschauen wollen, zum Beispiel die Niederschlagung des Herero-Aufstandes. Müsste man tatsächlich überlegen, ob wir es hier mit Formen von Vernichtungsrassismus zu tun haben. Das wird aber zu klären sein, das sind sehr schwierige Bewertungen, die hier einzuziehen sind, die aus linguistischer Perspektive auch nicht immer einfach vorzunehmen sind. Aber um mal ein Schlagwort zu setzen, das man hier anbringen könnte. Die Kritik der schwarzen Vernunft von Ariel Membe hatte ich in diesem Kontext in der letzten Vorlesung schon zitiert. Ich würde das ganz gerne heute noch mal ein bisschen ausweiten. hier noch mal die drei zentralen Standpunkte, nämlich erstens der Kapitalismus ganz wesentlich dazu beiträgt, dass wir Rassen und Spezies konstruieren und produzieren, dass die Figur des Negers, Achtung für den Podcast, hier immer im Schriftlichen, habe ich das mit Asterisk markiert, das kann ich im gesprachensprachlich nicht. Die prototypische Wissensgestalt europäischer rassistischer Denkkonzepte ist auch noch einmal explizit gesagt, wenn ich den Begriff benutze, bin ich mir durchaus bewusst darüber, dass die Diskussion über die Benutzung des Begriffs in der Linguistik äußerst skeptisch und kritisch diskutiert wird, also das heißt, ob man es tatsächlich aussprechen soll oder nicht. Wenn ich es ausspreche, benutze ich es als Markierung genau dieser Praxis Europas, nämlich andere zu Negern zu machen, also das heißt, in die Figur zu pressen, ob sie das wollen oder nicht. Und hier gibt es tatsächlich zahlreiche Aussagen darüber, dass man zwar schwarz geboren sei, aber erst zum Neger gemacht werde und dieses zum Neger machen ist das, was Aril Membe im Wesentlichen antreibt. Also das heißt, welche kulturellen Praxen treiben westliche Gesellschaften an, andere Ethnien oder andere Angehörige anderer Kulturkreise so weit in eine Gruppe und in eine Spezies Rasse zu pressen, dass es schlussendlich gelingt, sie entweder auszubeuten oder zu vernichten. Und seine Hypothese zum Schluss und das argumentative Ziel von Membet, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ist, dass der Neoliberalismus diese Figur auf die gesamte subalterne Menschheit überträgt und erst ein Rassismus ohne Rassen. Also das heißt, das hatte ich schon an der Metapher seine Haut zu Mark getragen in der letzten Vorlesung illustriert, mal sehen, ob uns das hier beschäftigen wird. Wenn wir uns aber erstmal zunächst diese bestimmten Konzepte anschauen, das heißt, wir haben jetzt zusammen gedacht, Sprache und Macht überwachen und Strafen und gehen jetzt zurück zum Kolonialismus, wenn wir uns zum Thema der Sklavenausbeutung tatsächlich oder dem Thema der Sklavenausbeutung widmen. Ganz klein oben habe ich Ihnen noch einmal die Phase der Quellenlagen, die wir zur Verfügung haben, angegeben. Also ich beziehe mich dann meist auf Quellen aus der sogenannten herrnodischen Mission, die faktisch die Phase des Abolitionismus, also das heißt, die Phase der Sklavenbefreiung fast vollständig widerspiegeln. Membe unterscheidet im Wesentlichen drei Phasen, nämlich den Mensch als Ware, Unterwerfung, Entrechtung, Ausbeutung im organisierten Sklavenhandel von 15. bis zum 19. Jahrhundert, das sind 400 Jahre, dann die menschwerdigen Abolitionismus vom 18. bis Ende des 20. Jahrhunderts und diese dritte Phase, die er jetzt dem Neoliberalismus zuordnet, der Mensch als Subjekt des Marktes. die sich tatsächlich selbst zu Markte tragen, um sich ausbeuten zu lassen. Diese These kann man unterstreichen oder man kann sie widerlegen, zumindest ist sie diskutierend reflektierbar, wird uns wahrscheinlich nicht in dem gleichen Maße beschäftigen wie die anderen beiden Aspekte. Wenn wir aber über die Rasse als ein Dispositiv der Macht nachdenken, dann wäre ja die Frage, wie wird sie diskursiv entwickelt, wie wird sie diskursiv gestützt und wie wird sie eine Gestalt des Wissens, die argumentativ gestützt wird, entwickelt wird, zur kommunikativen Positionierung dient und die schlussendlich die Macht der wenigen über die vielen sichert, um noch einmal zu Foucault zurückzukommen. Wie laufen die Rechtfertigungsstrukturen im Diskurs, die es erlauben, erstens ein Konzept wie Rasse zu produzieren und zweitens es zu stützen. Das Ganze läuft über Fremdheitswahrnehmung und ich würde Ihnen das ganz gerne mal in so einem Stufenmodell illustrieren. Zunächst, um etwas anderes als Fremdes wahrnehmen zu können, müssen sie Unterschiede, Differenzen markieren und diese Differenzen sind sowohl Konzept des Kolonialismus als auch des Rassismus Konzeptes, also die Wahrnehmung des anderen als Fremden und jetzt das Entscheidende, sie können sich als Mensch nicht dagegen wehren. Das wiederum können sie von Foucault wissen, sie werden in eine Kultur geboren, deren kulturellen Praxen sie kennen und das heißt, in ihren kulturellen Praxen sehen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise aus und eben nicht anders und es werden die Häuser in einer bestimmten Art und Weise gebaut und eben nicht anders und was auf den Teller kommt, kennen sie in der Regel auch. In anderen Kulturen ist es nicht so. Dort gibt es andere Speisen, die Familien Zusammengehörigkeiten sind andere, es wird anders gebaut, die Kleidung ist anders und möglicherweise sehen die Menschen anders aus als sie. Nichts du trotz sind sie dennoch Menschen. Diese Wahrnehmung des Fremden schützt uns evolutionär davor, dass wir an unserer Familie bleiben und uns so sichern und das Überleben sichern und eben das andere oder Fremde ausgrenzen oder zumindest dem sehr skeptisch und kritisch gegenüberstehen, bis wir es eben kennenlernen. Unsere Kultur hingegen gibt uns auf, dass wir alle anderen, selbst wenn sie anders sind als wir, als Menschen wahrnehmen und ihre Grundwerte als Menschen schätzen und respektieren und in Dialog mit ihnen treten, um uns gegenseitig oder miteinander auszutauschen. Dieser Effekt ist aber ein kultureller und er ist sehr hart erkämpft und man sollte ihn nicht leichtfertig verspielen, indem man das Gespräch verweigert. Allerdings sei auch gleich gesagt, in dem Zusammenhang, weil wir uns immer tagespolitisch da schon ganz klar positionieren müssen, es gibt das sogenannte Toleranzparadoxon von Proper und und dieses Toleranzparadoxon von Proper sagt eben auch, dass man das Nicht-Tolerante nicht tolerieren müsse. Denn wenn wir uns auf die Kommunikation und den Dialog als einen ganz zentralen Wert einstellen, um Fremdes als nicht mehr Fremdes wahrzunehmen, also um mit ihm in Kontakt zu kommen, dann ist es nicht möglich, dass man diese Kontaktaufnahme verweigert dadurch, dass man sagt, der andere gehört nicht hierher. Also es soll schlussendlich heißen, die Mauern, die wir um uns bauen, die wir um Europa bauen, die wir in Moria bauen, die wir in Bethlehem bauen, die wir an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bauen, um Austausch, Kommunikation, Interaktion zu vermeiden, wird dazu führen, dass die Gräben zwischen diesen Seiten tiefer werden und dass wir uns fremder werden, als wir sind. Das hat furchtbare Konsequenzen, denn dann geht die Spirale, die ich Ihnen jetzt zeigen will, von vorn los und eskaliert. Wahrscheinlich, und in dem europäischen Expansionismus passiert das sehr, sehr oft, stellt man aus welchen Gründen auch immer, biologisch, ästhetisch, moralisch, ethisch, militärisch, rechtlich, ökonomisch, kulturell, die Superiorität, also die Herausgehobenheit des eigenen heraus und die Minderwertigkeit des anderen. Das kann Anspruch sein, wie es für das Deutsche Reich sehr häufig nur Anspruch war. Es kann tatsächlich so sein und wenn es denn als unvergänglich beansprucht wird, als nicht hinterfragbar, als eine Element einer Argumentation und einer Langdurie, dann sind wir sehr nahe an dem, was die Rassismuskonzeption von dem Kolonialismus unterscheidet, nämlich die Unveränderlichkeit eines solchen Verhältnisses. Wenn nun wenige über viele herrschen, dann wird das Fremde, das man nicht kennt, weil man die Kommunikation mit ihm verweigert, sehr, sehr schnell und auch das ist ein evolutionärer Effekt, als bedrohlich wahrgenommen, vor dem man Angst entwickeln kann. Und das Eigene, das, was dieser Mehrheit ausgesetzt ist, wird sehr schnell als schutzbedürftiges konzeptualisiert und man versucht es zu sichern, abzuschließen, zu beschützen und Sie können sich am tagesaktuellen Diskurs überlegen, in wie vielen Fällen genau mit diesen beiden Aspekten gespielt wird, nämlich der Angst vor dem Fremden und dem unbedingten Willen, das eigene zu schützen. Sie sehen schon, Sie sind hier in Stufe 3. Der nächste Schritt ist, dass Sie das Bedrohliche als Auszugrenzendes konzeptualisieren, also es ausschließen, es draußen lassen, es nicht mehr in Kontakt mit sich lassen und dann dreht sich die Schraube nur noch schneller. Der nächste Schritt ist die Ausbeutung als Ressource und der letzte Schritt ist die Ausmerzung des Ausgegrenzten, die Vernichtung. Das wäre dann der Vernichtungsrassismus, den wir vorhin schon ganz kurz erwähnt hatten. Wenn Sie sich zum Thema Sprache und Rassismus zunächst erstmal in einem Einstieg informieren wollen, dann empfehle ich Ihnen ein Themenheft aus der Politik und Zeitgeschichte, das hatte ich beim Thema Kolonialismus schon gemacht, zum Thema Antirassismus. Die Quelle ist entsprechend verlinkt und zum zweiten einen Aufschlag, einen sehr kurzen, gut lesbaren Aufschlag von Ludger Hoffmann im Sprachbericht, Sprachreport des IDS Mannheim. Auch das ist verlinkt, wo es ebenfalls um genau diese Effekte geht, die ich gerade beschrieben habe, nämlich zunächst Polarisierung, also das heißt, das Trennen von zwei Positionen, schwarz und weiß, Wertzuschreibung und dann die entsprechenden, daraus resultierenden Konsequenzen, hegemoniale Praktik, sprachliche Aggression, physische Aggression, Exklusion, dies sind die Effekte, die Ludger Hoffmann beschreibt, das sehen Sie ganz unten in diesem kleinen Kasten und die Rassismus und historische Forschung geht natürlich noch einen Schritt weiter, weil wir da als Europäer eine gute Erfahrung damit haben, nämlich konsequente Ausbeutung und schließlich auch Vernichtung. Ja, und wenn wir das Ganze zusammenziehen und das will ich jetzt am Schluss noch tun, dann lässt sich, wie Membeth das 2016 sehr treffend schildert, im Anschluss an Foucault, im Anschluss an Fredriksen und so weiter und so fort, also genau diese Linie zieht, die Plantage als paranoide Institution in Gegenwart des Gespensts der Auslöschung konzeptualisieren, denn die Plantage ist ein Ort des Überwachens und Strafens. Es ist ein Ort, der als Dispositiv der Macht gesehen werden kann. Und um die Macht der Wenigen über die vielen sicherzustellen, brauchen sie argumentativ und diskursiv das Konzept der Rasse, um diese unmenschliche Ausbeutungspraxis, die über vier Jahrhunderte sich durchzieht, überhaupt rechtfertigen zu können. das Ganze versetzt aber die wenigen, die diesem System ausgesetzt sind, als mächtige, permanenten Angst und Schrecken, weil sie Sorge haben müssen, dass die vielen sich gegen sie auflehnen, sich ihrer Unterlegenheit bewusst sind, wissen, dass sie ohnmächtig sind und möglicherweise als Menschen nicht mehr in dieser Situation leben können und wollen. Das, was wir dann beschreiben müssen, sind brutalste Formen des menschlichen Miteinanders und ich möchte Ihnen ganz gern jetzt einige Belege dafür zeigen, wie sich das Ganze sprachlich manifestiert. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein und ich habe jetzt ein beliebiges herausgegriffen, natürlich aber eines aus Westindien, denn hier ist die Plantagenwirtschaft sehr, sehr mächtig einflussreich und historisch weit zurückreichend. Die entsprechenden Situationen sind fatal und katastrophal und ich zitiere hier aus Oldendorps Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den karibäischen Inseln, St. Thomas, St. Croix und St. Jan, herausgegeben von Johann Jakob Bossert aus dem ersten Teil von 1777. Also wir sind mitten in einer sehr stürmischen Auseinandersetzung auf dem Weg hin zum Abolitionismus auf Jamaika. Also das heißt, es dauert nur noch wenige Dekaden. Gleichzeitig feiern wir aber den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg der Freiheit, Menschlichkeit, Egalität, Gleichheit und den Willen zur Freiheit, Libertas, feiert in einer Unabhängigkeitserklärung. Sie sehen, wie weit das Ganze auseinander driften kann, wenn man nur auf der einen oder anderen Seite dieses tiefen Krams zwischen schwarz und weiß geboren ist. Vielleicht ganz kurz, das was Sie jetzt lesen und hören werden, ist eine historische Darstellung, die bei aller Problematik meistens von außen geschildert wird und Oldendorp schaut von außen drauf, er ist weißer und ich lese das Zitat ganz kurz einmal vor. Der lasterhafte Charakter der meisten heidnischen Neger und ihre Menge hat in die Strafen derselben eine Härte gebracht, die mit der Größe ihrer Vergehungen dem Anschein nach nicht immer in gehörigem Verhältnis steht. Aber durch nichts als durch die Furcht vor einer so unausbleiblichen als scharfen Strafe lässt sich dieses ungesittete Volk von der Ausübung seiner lasterhaften Neigungen abhalten. Was hier als lasterhafte Neigung gemeint sei, das schauen wir uns im Verlauf der Vorlesung noch einmal an, reicht sehr, sehr weit von rituellen, religiösen Praxen, Praxen des Zusammenlebens, der Konstituierung von Sozialität, allerdings auch von Drogen, Konsum und Missbrauch. Es aber spielt hier keine Rolle, sondern es geht um eine mehr oder weniger sehr pauschale Einordnung und Eingruppierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die im Wesentlichen heidnisch sei. Das heißt, das ist das Attribut, das hier gegeben wird. Nichtsdestotrotz schwingt in diesem Zitat natürlich auch schon so etwas mit, wie die Markierung von und Rechtfertigung von Strafe, also es genau das Foucault'sche Thema, in der die wenigen die unglaubliche Größe der Zahl der anderen nur durch harte Strafen überhaupt im Griff behalten können. Das hat mutmaßlich auch eher nichts mit den lasterhaften Neigungen der anderen zu tun, sondern darum, dass das Machtgefälle extrem hoch ist und man sich das nicht leisten kann, über gemeinsame Werte und Normen zu verhandeln, das ist auch nicht Ziel auf den karibischen Inseln, dort geht es um Ausbeutung. Durch unmäßige Härte, also das heißt, Sie sehen auch schon hier die Markierung wieder, werden sie zu verzweifelten Entschließungen gebracht, das ist die Kehrseite, das heißt, es ist vollkommen gleich, wie hart man sie straft oder ob man sie straft. Die Machthierarchien sind hier so pervers, dass es vollkommen egal ist, ob man sich einer Strafe aussetzt oder nicht, die Lage ist so oder so aussichtslos. Werden sie zu verzweifelten Entschließungen gebracht durch jene, aber können sie in schädliche Ausschweifungen geraten, sodass sie schwer wieder in Ordnung und Gehorsam zu bringen sind, denn sie dünken sich sehr leicht selbst Herren zu sein, sobald sie ihr auch nicht nachdrücklich fühlen. Das, was wie eine Beschreibung hier an der Stelle klingt, drückt die Machtverhältnisse auf den karibischen Inseln in jedem Wort und in jedem Satz aufs Furchtbarste auch. Gleichzeitig gilt aber auch, und hier kommt dieses Momentum der Motivation des Ganzen zum Tragen, die wir beim Kolonialismus gesehen haben und beim profitorientierten europäischen Expansionismus. Unstreitig ist aber jedem Herrn an der Erhaltung seiner Sklaven sehr viel gelegen, sie sind sein Reichtum. Interessanterweise sind diese rein deskriptiven Äußerungen, die sehr viel von der europäischen Sicht auf bestimmte Phänomene und Probleme markieren, nicht die einzigen, die in demselben Kontext entstanden sind. Und zwar würde ich hier sehr gerne zitieren, einen Bericht von Antigua von 1823, also einer Nachbarinsel. die man bei Oldendorp schon so ein wenig durchklingen hört, die aber hier sehr viel deutlicher. Zu unserer großen Freude, ne, zu großer Freude unserer Neger Geschwister, das heißt derer, die schon zur Gemeinde der Herrnhuter gehören, auf zwei unter einer Verwaltung stehenden Plantagen wurde der Verwalter derselben in diesen Tagen seines Amtes entlassen. Auch wir nahmen den innigsten Anteil an dieser ihrer endlichen Befreiung von dem Jocher, dieses unbarmherzigen Mannes, dessen gleichen es glücklicherweise nur wenige auf dieser Insel gibt. Das heißt eine ganz klare Positionierung hier an dieser Stelle gegen die Unbarmherzigkeit der Strafmaßnahmen, die nicht in Relation stehen zu dem, was das Vergehen sei, die auch in dieser Form deutlich expliziert die sozialen Missstände deutlich ausspricht. Noch einmal zurück zur Oldenloh von 1777 die auch noch einmal auf dieses Problem der Angst und des Schutzbedürftigen des Einschlusses des Paranoiden besonders abzielen. Dabei der großen Menge der Neger ihrer vorzüglichen Leibesstärke und ihrer größtenteils schlechten Denkweise die Freiheit und das Leben der Blanken also der Weißen in einer sehr scheinbaren Gefahr ist. So sind die den Negern vorgeschriebenen Gesetze vorzüglich dahin gerichtet, ihnen jede Veranlassung, ja selbst die Neigung zu benehmen, die Planken auf irgendeine Weise zu schädigen. Das heißt, diese Vorsichtsmaßnahmen, in die man sich die wenigen Planken, in die sich die wenigen Planken über Jahrhunderte eingeübt haben, sind das, was man bei Foucault aus Überwachung und Strafen am Gefängnis entwickeln kann, derart potenziert, dass man schon alle Vorsichtsnahmen ergriffen hat, um überhaupt die Auflehnung oder die Bewusstwerdung, darauf scheint es ja fast zu zählen, die Bewusstwerdung über die Machthierarchien im Zaum zu halten. Denn es ist immer Grund vorhanden von gezwungenen Sklaven, wer hätte das gedacht, zu vermuten, dass sie auf der Erlangung der Freiheit bedacht sind. Und in diesem Satz von 1777 drückt sich das ganze Elend aus, das Europa in der Karibik verursacht. Und nicht nur in der Karibik, sondern über den Dreieckshandel auch natürlich in Afrika. Die Menschen, die hier arbeiten und leben, werden nicht dort geboren, sondern sie werden über Jahrhunderte hin aus Afrika entweder verkauft oder entführt. Menschenhandel eben. Wenn so eine Situation eskaliert, das will ich Ihnen jetzt auch zeigen, reagiert die Macht entsprechend repressiv. Solange die aufrührere Meister von der Insel, das war von Saint-Jean, von 1733 waren, so übten sie alle die barbarischen Kriegsrechte aus, wozu ein erbitterter Feind in einem eroberten Land berechtigt zu sein glaubt. Also das heißt, das ist eine erfolgreiche Sklavenunruhe, ein Aufbegehren. Sie raubten, sie senkten, brennten, zerstörten und lebten im Überfluss, ohne auf die nötigen Anstaltungen zur Behauptung ihrer Eroberung zu denken. Das heißt, sich gegen die Kolonialmacht durchzusetzen. Vernünftige Überlegung hatte an ihrem ganzen Unternehmen keinen Anteil gehabt und kein Verstand hätte auch zu ihrer Verteidigung zugereicht. Der Punkt ist, von Inseln können sie nicht fliehen. Wir reden damit also nicht nur über eine Plantage als ein Dispositiv der Macht, sondern auch die geografische Gegebenheit. Wenn sie kein Schiff haben, nicht schwimmen können, können sie nicht fliehen von einer Insel. Was die Europäer gemacht haben, ist, dass sie ihre Truppen zusammenzogen und mit ihren Flotten vom Meer aus diese Inseln beschossen haben, solange bis sich entweder niemand rührte oder bis man die Insel wieder unter Kontrolle hatte. Das heißt, man hat sich permanent in einem gegenseitigen Kampf um Überleben und Auslöschung befunden und auch wenn man vernünftige Überlegungen getroffen hätte von der Insel, wäre man dennoch nicht runter gekommen. Und hier sehen Sie, wie das Ganze permanent eine soziale Kultur in Bewegung hält. Ein Bericht von Antigua von 1816. In den letzten Tagen des April erregten Nachrichten von dem auf Barbados, also der Nachbarinsel, ausgebrochenen Neger aufruhr unter den Weisen dieser Insel viel Schrecken. Die Miliz wurde zusammenberufen und die Insel in Kriegsland erklärt. Da wir aber unter den Negern unserer Insel nicht die mindeste Spur von rebellischen Absichten wahrnahmen, so glaubten wir zuversichtlich, dass unser Herr uns in Ruhe und Frieden erhalten möge. Und diese Schilderung, diese Zitate dafür, sind Beleg für das, was Membe im Hinblick auf die Montage sagte, es ist eine paranoide Institution, in der man sich gegenseitig permanent in der Gefahr wehnt, getötet, ausgelöscht oder vernichtet zu werden. Und die Zitate jetzt selbst gehe ich jetzt nicht weiter durch, Sie sehen aber, das sind ebenfalls Immobilisierungssequenzen, die da eine Rolle spielen. Wenn wir also noch einmal das Ganze rekapitulieren, dann sind die Überlegungen Foucault zum Zusammenhang von Sprache und Macht über Wachen und Strafen bis hin dazu, dass wir über die Rasse als ein diskursiv konstruiertes Dispositiv der Macht sprechen müssen. die in ganz konkreten historischen Situationen dazu führt, dass Menschen ausgebeutet oder vernichtet werden, zu dem ganz wesentlichen Punkt zusammenzuführen, dass wir von diesen theoretischen Ausgangspunkten nächste Woche gar nicht anders können, als uns mit einer kritischen Diskursanalyse zu beschäftigen und die nicht bei der reinen Diskription zu lassen. Denn wie auch in diesen Fällen natürlich klar wird, ist die Benennung der Figur des Negers nicht nur bei Aril Membe irgendein theoretisches Konstrukt, sondern das ist eine europäische Argumentations- und Formulierungspraxis, die permanent, wenn sie dieses Wort verwendet, diese Ausbeutungsordnung wieder aktualisiert und wieder erinnert. wäre das für Oldendorp 1777 noch eine völlig andere historische Situation war, ist, wenn sie das Wort heute benutzen, ohne diesen besonderen Zusammenhang zu markieren, begeben sie sich immer wieder auf eine Position, die diese europäische Ausbildungspraxis als eine kulturelle Praktik ihres Kulturraums nicht adäquat reflektiert. Wenn also jemand wie Erika Steinbach dieses Wort benutzt und dazu so etwas sagt wie das habe ich schon immer getan, ja, das wissen wir mit Foucault, dass sich kulturelle Praktiken tradieren. Allerdings das, was dort tradiert wird, ist die bitterste Ausbeutungspraxis, der er sich Europa schuldig gemacht hat. Und indem man dieses Konzept genauso verwendet und genauso buchstabiert, den Begriff genauso gebraucht, tradiert man, setzt man diese Traditionslinie einer kulturellen Praxis fort. Wenn die Linguistik dieses Konzept so benutzt, so wie wir das hier verwenden, dann benutzen wir das als ein analytisches, das heißt, als einen Begriff, der genau diese Ausbeutungspraxis markiert und in der Sichtbarmachung und Bewusstwerdung dieser Ausbeutungspraxis hoffe ich, dass wir uns auch adäquat davon distanzieren können. Das allerdings ist im Moment nicht Entschuldigung, es ist kein Corona, tatsächlich offener tatsächlich oft eine Frage, der wir uns auch gern hier in der Vorlesung stellen können. Für heute mit dem Blick auf die Uhr soll es deshalb erst einmal gewesen sein. Ich bin knapp über die 40 Minuten drüber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich jetzt auf das gemeinsame Gespräch mit Ihnen. Ich denke, wir treffen uns viertel nach in der Zoom-Konferenz und für alle anderen, die live zugeschaut haben über YouTube, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch und auf ganz bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.